Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie, zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, Sie haben mich da genau richtig eingeschaltet hier bei Pearl TV zu unserer 15-15-Show. Da können Sie nämlich heute richtig viel sparen, denn wie der Name schon verrät, kostet alles, was uns heute Rebecca freundlicherweise rausgesucht hat, nur noch 15 Euro. Deshalb nutzen Sie unbedingt diese Gelegenheit aus und seien Sie unbedingt auch schnell, wenn Ihnen was gefällt, denn wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Sie dürfen gerne auch alles bis zu fünfmal bestellen, es sei denn, es kommt hier unser Preisalarm. Dann bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen. Aber ich würde sagen, wir starten schon mal direkt hier mit unserem ersten Highlight in der 15-15-Show. Es schlägt nochmal 15. Ein Produkt, was mich einfach so sehr begeistert. Ich könnte mich stundenlang damit beschäftigen und das habe ich tatsächlich heute auch getan. Also ich bin erst mal nach draußen gegangen und habe mich in der Natur umgeschaut, was mich denn alles so von Nahem interessieren würde. Was würde ich mir einfach mal gerne genauer anschauen. Und dann habe ich zum Beispiel dieses hübsche Blümchen entdeckt. Das ist das erste Blümchen, was wir hier vor der Maske zu finden hatten. Ganz klein und fein. Und da habe ich gedacht, ich gucke mir das mal von Nahem an. Und das habe ich gemacht mit diesem Mikroskop. Sie bekommen ein Mikroskop für nur 15 Euro. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Und ich habe ein paar Fotos gemacht, weil das können Sie damit dann auch machen. Einfach hier an einem PC anschließen über den USB-Slot. Das kann ein Mac sein. Das kann aber auch genauso ein Windows-System sein. Und dann können Sie mal richtig schön ranzoomen. Eine 1600-fache Vergrößerung. Wow. 1600-fache ist möglich. Guck mal, hier habe ich diese Blütenblätter mal nah rangeholt. Und Sie sehen ja, wie klein und mini diese Blume ist. Das ist diese Blume, wovon ich dieses Bild gemacht habe. Das ist so schön. Weil das sieht man auch gar nicht so genau, wenn man sich diese schöne lilane Blume anschaut, dass sie noch weiß innen hat. Und ich gehe jetzt mal weiter, weil ich habe hier mich auch noch mal an meinen Biologie-Unterricht erinnert. Wisst ihr noch, wie die Bestandteile der Blume heißen? Also da ist ja hier dieser Blütenstaub. Und ich glaube, das ist dieser Stempel. Ja, richtig. Stempel, ne? Stempel, ne? Stempel, ne? Da wird er befruchtet. Da kommen dann auch die Bienchen. Genau, da kommen die Bienchen ran und nehmen dann wiederum die Pollen hier auf, die man hier sieht. Das ist doch wirklich genial, oder? Dass du die Welt so entdecken kannst. Und wie ich mich so umschaute auf der Wiese, fand ich eine Kastanie. Und wie ihr sehen könnt, die hat schon gewurzelt. Ich habe das noch nie gesehen. Ich auch, ehrlich zu sein. Und das ist so schön. Einfach mal mit einem Mikroskop fängst du plötzlich an, dir Dinge rauszusuchen aus der Erde. Die hättest du niemals dir genauer angeschaut. Ich habe noch nie eine gewurzelte Kastanie gefunden. Jetzt aber. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, guckst du dir doch mal an. Entschuldigung. Guckst du dir doch mal an, wie so eine Wurzel aussieht. Oh. Nicht so schön, wie ich dachte. Nicht so schön. Das ist so ein bisschen wie eine Pilze, ne? Ja, das stimmt. Aber total spannend, dass da hier so kleine Wurzelhärchen sind und so. Das siehst du mit dem bloßen Auge nicht. Aber hier mit so einem Mikroskop kannst du das ganz, ganz nah ranholen. Du hast die Variante jetzt gewählt, Diana, mit dem Standfuß. Also sie können das als Handmikroskop so nutzen. Da sind sie total flexibel. Ich gehe mal noch mal auf die Kamera. Und ich kann sehen, kann so nicht nur mit Laptop, kann so mit Handy auch das machen. Ich sehe hier, wir haben auch einen Typ C-Anstecker. Das ist auch sehr, sehr cool. Guck mal, ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt hier einfach mal auf meine Jacke. Und dann siehst du hier die Silberfasern. Guck mal, ich kann das hier noch... Nein, das ist nicht die Hand. Guck mal, wie das aussieht. Und dann kann ich das auch so scharf schalten. So genial. Warte mal, wie sieht es hier aus? Oh, guck mal, das ist fantastisch. Dass man da alles entdecken kann. Aber so interessant ist, in der Schule, wir hatten auch ein Mikroskop. Und wir haben für ganze Klasse, wir haben zwei Stück. Und dann solltest du immer warten. Nein, ich sehe, du kannst wirklich ein Mikroskop nur für dich. Ich glaube, für Kinder, das wird so viel Spaß machen. Genau so wie für Erwachsene. Und Kleinbeckis. Ja. Ich glaube, für jeden, egal wie groß, wie alt, egal ob Mann oder Frau, es wird einfach jedem Spaß machen, weil es gibt so viel zu entdecken. Ich fand das gerade wirklich mal faszinierend hier mit dieser Blüte, dass man die so nah von innen auch betrachten konnte. Das ist wirklich super. Und ich finde es auch echt einfach von der Handhabung, von der Bedienung einfach kurz anschließen und schon kann man loslegen und hier vielleicht auch ein neues Hobby entdecken. Deshalb unbedingt bestellen mit der PX 2325 und der 569. Und jetzt haben wir ein bisschen Deko für Ihre Küche. Es schlägt noch mal 15. Also ich hatte in meiner Küche echt bis vor kurzem ein richtiges Platzproblem. Also ich hatte ganz, ganz wenig Schränke, die du zumachen konntest. Und da habe ich natürlich die Lebensmittel reingetan, so gut es ging. Aber das war immer grundsätzlich voll. Und deswegen bin ich so ein Fan von diesen Vorratsbehältern, weil die kannst du offen stehen lassen. Also das heißt, wenn du es nicht unbedingt in einem Schrank unterbringen kannst, dann kannst du zum Beispiel die Kartoffele, würde meine Oma sagen, die Kartoffele, die tust du dann hier in diesem Vorratsbehälter. Ist aber nicht nur ein Vorratsbehälter. Das ist Matroschka. Der Superspieka sieht genau richtig. Da kommt nämlich noch mehr hervor. Wir haben nämlich nicht nur für die Kartoffeln hier vorgesorgt, sondern auch für Zwiebeln. Sie sagt, das ist deine Oma. Kartoffeln. Zwiebeln. Und für Knoblauch. Haben wir gestern Abend auch genossen, unsere Knoblauchgerichte. Und die sind natürlich hier nicht nur schick aufbewahrt, sodass du sie offen stehen lassen kannst. Auch hier gerade diese Kartoffelküste kannst du einfach mal auch auf dem Boden stehen lassen. Es sieht einfach schick aus. Oder die zwei zusammen und das nochmal an einem anderen Ort, vielleicht auf der Küchenzeile oben drauf direkt. Sieht einfach todesschick aus. Aber es ist natürlich auch optimal gelagert, dadurch, dass wir hier diese Löcher auch, diese Luftdurchlässe haben. Das braucht natürlich auch ein bisschen Durchlüftung. Und da haben wir hierfür gesorgt. Also optisch ein absoluter Hingucker, aber natürlich einfach auch eine entsprechend angemessene Art der Aufbewahrung. Das ist doch einfach richtig schick, oder? Und das ist auch so ein Retro-Look. Und ich glaube, bei dieser modernen Küche, das sieht noch besser aus. Ja, die Kombination ist super. Also wirklich schön. Und ich glaube, alle essen so Kartoffeln und Zwiebeln und Garlick. Muss immer, nicht Garlick, Knoblauch. Knoblauch natürlich muss auch in der Küche zusammen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schick. Für 15 Euro, von allen Seiten. Das ist wirklich eine gute Gucke. Also 15 Euro, ja. Also das ist auch hier wieder ein Hammerpreis. Also muss man wirklich sagen, da zahlst du andernorts so viel mehr. Das ist wirklich, das ist ein schönes Schnäppchen. Und mal eine schöne Sache auch mal die Küche. Das ist so Creme, das ist auch nicht so weiß. Normalerweise solche Sachen, du hast auch in Farbe schwarz. Und normalerweise, du machst das irgendwo weg. Oder im Keller verstehst du das. Aber hier, das könnte wirklich auf der Küche stehen. Und das macht auch dieses Deko-Gefühl so retro ein bisschen. Also mir gefällt das wirklich sehr. Ich hasse das, Dinge im Keller lagern zu müssen. Weil dieser Weg nach unten, das macht Unterschied. Dann kochst du nicht so gerne, weil du denkst, ich möchte mir Kartoffeln mit Zwiebeln machen. Und dann denkst du, okay, ich muss noch in den Keller gehen. Geht nicht, lieber nicht. Ich bestelle mir was. Aber wenn alles so unter deine Hand, das ist natürlich schön und praktisch. Aber ich liebe sie. Es ist einfach total schön gemacht, mit dem Retro-Stil. Auch, dass dieses Pearl-Logo noch so cool untergebracht worden ist hier. Pearl, da steht es. Hätten Sie nicht erwartet. Es sieht einfach richtig schick aus. Ich liebe diesen Retro-Style. Die Farbe stimmt, Diana. Es ist super schön. Dieses Off-White oder Creme-Weiß, wie man auch immer man das nennen mag. Aber es ist einfach schön. Und für 15 Euro bringen Sie doch mal ein bisschen Pepp in die Küche. Ja, es sieht wirklich richtig toll aus optisch. Ich glaube, das nennt sich Alt-Weiß. Aber wie auch immer, es sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Ich glaube, so ist die Beschreibung. Das ist auch gut. Sie können natürlich auch sonst was reinmachen, was auch immer Sie gerade an Gemüse oder Obst haben müssen. Jetzt nicht Kartoffeln hier zu den Kartoffeln. Aber es sieht einfach wirklich toll aus. Und ich finde das wirklich super, weil ich war auch immer so ein Kandidat. Ich habe meine Sachen immer versteckt, weil es eben nicht schön aussieht, so wie man die kauft. Aber hiermit haben Sie wirklich eine stilvolle Aufbewahrung. Bestellen Sie gerne das Dreier-Set mit der NX 4838 und der 569. Und was jetzt kommt, ist richtig praktisch. Und das für 15 Euro. Fantastisch. Schauen wir doch mal direkt. Es schlägt jetzt wieder 15. Das ist jetzt ein Produkt, da sollte wirklich jeder zugreifen. Es ist ein USB-Netzteil. Wir kennen Netzteile mit einem USB-Anschluss, um ein Gerät zu laden. Vielleicht haben Sie bei uns im Programm auch schon entdeckt ganz neu unser Netzteil mit zwei Steckplätzen für zwei USB-geladene Geräte. Und jetzt gibt es den Oberhammer für 15 Euro, habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf Steckplätze in ein und demselben Netzteil. Und das ist einfach nur zeitgemäß, weil wie viele Netzteile habt ihr verteilt in der Wohnung, wo ihr verschiedenste Geräte dran ladet über Nacht. Also das Handy sind wir uns einig, laden wir alle über Nacht. Dann haben wir Köpfe zum Beispiel, dann zum Beispiel Lautsprecher, E-Book-Reader, Smartwatches. Das ist schon fünf. Also ich glaube, wir haben noch mehr solche Lampen oder so einfach einen Diffusor und so weiter. Da haben wir wirklich viel und ich glaube auch für Urlaub, ich fahre in Urlaub nächste Woche, ich glaube, ich brauche auch sowas. Und das ist klein, kompakt und fünf Stück, das ist wirklich schön. Weil ich weiß, dass ein Netzteil auch kannst du für zehn Euro nur kaufen und hier fünf und eins. Das ist schon wirklich Highlight. Und ich sehe, dass auch 2,1 Ampere, das bedeutet, das geht ein bisschen schneller als normale. Genau, gerade diese farbig markierten Slots, USB-Steckplätze, das können wir uns gleich nochmal im Studio hier anschauen. Die sind mit dieser Schnellladefunktion, beziehungsweise Smart Power nennt sich das. Ich liebe die Funktion. Also es ist eine super clevere Ladetechnologie, die hier auch noch mit drin steckt. Das heißt, es ist echt nicht nur ein einfaches Netzteil, sondern, Sie kennen uns bei Pearl, es ist ein einfaches, cleveres Netzteil, das entsprechend hier auch diese Technologie mit drin verbaut hat, dass wir unsere Geräte einfach gut und schnell aufladen können und hier auch noch dieses Lademanagement mit drin haben. Dankeschön, jetzt können wir es nämlich sehen. Gerade diese blauen Steckplätze, das sind diese Steckplätze mit dieser smarten Ladetechnologie, sodass die optimale Ladestromstärke hier rausgepuffert wird. Ein Wahnsinnspreis hier, 15 Euro. Du hattest es angesprochen, Diana. Ich glaube, das lohnt sich mal, einen Blick bei Pearl.de vorbeizuwerfen. Immer. Ja, das machen wir unbedingt, denn hier in der Premium-Serie sind wir bei knapp 30 Euro, bedeutet Premium-Serie am meisten bestellt und auch am besten bewertet. Ich finde das für 30 Euro hier auch schon wirklich hervorragend, aber Sie haben jetzt hier die Chance, für nur 15 Euro direkt zuzugreifen und das können Sie gerne auch bis zu fünfmal bestellen. Also finde ich wirklich super, dass du uns das hier ausgesucht hast und für 15 Euro hier mit in die Show gebracht hast, weil ich bin mir wirklich sicher, das braucht einfach wirklich jeder. Ja. Ich finde auch noch die Farbe wirklich hervorragend, einfach mal schwarz, weil sonst kennt man natürlich auch immer viele weiße USB-Netzteile. Das ist einfach mal so zeitgemäß, du hast es gesagt. Richtig, ja. Einfach mal an dem Zahn der Zeit unterwegs sein, mit der Technik auch mitgehen und die Möglichkeiten nutzen, die die Technik einem bietet. Gerade so ein Netzteil, das haben wir täglich in Benutzung. Deswegen lohnt sich das hier auch mal, ein Netzteil mit so fünf Ports, Ladeports nach Hause zu bestellen, weil dann sparen Sie sich auch dieses Hin- und Hergerenne in der Wohnung. Weißt du, da hast du die Netzteile fix in der Steckdose stecken, eins im Wohnzimmer, eins im Schlafzimmer, eins in der Küche und dann wanderst du immer hin und her, um deine Geräte aufzuladen. Aber es wäre so ein Kleber damit. Also unbedingt gleich fünfmal bestellen mit der PX 4949 und natürlich der 569. Aber wir machen auch schon direkt weiter mit dem nächsten Highlight. Es schlägt wieder 15. Hier bitte nur zugreifen, da müssen wir das Kontingent begrenzen, weil es so ein guter Preis ist. Tada! Da sind wir wieder mit Licht. Und wir haben hier, das war vielleicht so eine kleine Anspielung darauf, dass wir uns mal wecken lassen sollten. Vielleicht sind wir ein bisschen verschlafen unterwegs. Wir haben hier eine Uhr, eine super schicke Uhr vom Design her, eine Standuhr und es ist auch ein Wecker, ein Tisch-Funk-Wecker. Wow, Funk! Ideal, weil dann haben wir auch immer die genau richtige Uhrzeit, egal ob Sommer- oder Winterzeit. Diese Uhr müssen Sie nicht stellen. Und sehen Sie, Sie haben nicht nur groß die Uhrzeit da stehen und die Sekunden auch, sondern wir haben den Wochentag mit dabei, das Datum mit dabei und noch zwei wichtige Anhaltspunkte für die Räumlichkeiten innen. Und das ist die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Super! Also alles hier super übersichtlich, in einem schönen Design verpackt. Ich mag dieses längliche Design und es ist ja flach, wenn du es mal zeigen magst, Diana, hier von der Seite. Super toll gemacht und du kannst immer das Licht anmachen, wie du es brauchst. Das heißt, es kann sich auch abdunkeln. Sie können es betreiben. Wir haben gerade über Urlaub gesprochen mit Batterien für unterwegs. Du kannst es aber auch mit einem Netzteil verbinden, wenn du es zum Beispiel fix am Nachtschränkchen stehen haben willst. Und dann hast du hier auch noch die Möglichkeit, dein USB-Gerät zu laden. Also das wäre jetzt der Steckplatz für mein Handy zum Beispiel. Und dann könnte ich den Fünffach-Netzstecker von eben in der Küche wunderbar gebrauchen. Stimmt. Also sehr, sehr schick gemacht. Tolle Anhaltspunkte. Wir haben zwei verschiedene Helligkeitsstufen, die wir uns einstellen können. Wir haben unterschiedliche Display-Farben, die wir einstellen können. Wenn Ihnen blau nicht gefällt, gar kein Problem. Wir haben noch mehr Farben zur Auswahl. Und das Wichtigste, wir haben einen Wecker mit einer ganz wichtigen Funktion. Schlummer-Funktion. Richtig. Damit hat er doch alles, was wir uns wünschen könnten von so einem Wecker, oder? Ja. Mir gefällt auch das Display, das ist wirklich ziemlich groß. Das ist auch für Leute, die tragen Brille, die müssen das mit Brille extra ziehen, dass sie können Zeit sehen. Natürlich auch mir gefällt, dass es auch nicht so hell, weil du zum Beispiel, du möchtest nachts einfach Uhr schauen, dann kannst du musst das nicht so, wirklich diesen Direktlicht in deine Augen, dass du kannst nicht später einschlafen, wenn das zum Beispiel nachts passiert ist. Wirklich sehr schön, schwarz. Wir haben auch alles Wichtige, was wir brauchen. Sekunde. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Wir haben hier Temperatur, haben wir hier Feuchtigkeit. Wochen, Tag und natürlich Datum. Ich finde das wirklich alles, was du brauchst für jedes Zimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche kann das auch zum Beispiel auf der Wand irgendwo hängen. Also wirklich sehr, sehr schönen Teil. Ja, deshalb nutzen Sie hier den Preisalarm aus. Wir schauen natürlich auch hier nochmal direkt, wie viel Sie dann sparen und schauen uns den regulären Preis an bei Pearl.de, 38 Euro bei Pearl.de, Wahnsinn, wie Becky das geschafft hat hier. Deshalb ist es aber leider auch der Preisalarm und da haben wir wirklich die Begrenzung hier maximal einmal Probesteller zugreifen, aber für 15 Euro, fantastisch, nutzen Sie unbedingt diese Gelegenheit aus. Das ist wirklich super wichtig, dass man alle Daten hier mal auf einem Blick hat und natürlich allein auch noch mit dieser Funkwecker, mit diesem Funkwecker, dann kommt man natürlich auch immer pünktlich und natürlich auch noch die Snooze-Taste, also alles ist mit dabei, hervorragend. Bestellen Sie gerne mit der NC 3986 und der 569, aber wir schauen auch mal, wie es direkt weitergeht. Es schlägt nochmal 15. Moni hat sich gerade schon gefreut im Geheimen, ohne dass Sie es mitbekommen haben. Sie hatte gerade gesagt, als Sie es nicht gehört haben, oh, schon lange nicht mehr gesehen, hat sich richtig gefreut. Wir haben hier ein 3 in 1 Produkt und zwar haben wir hier ein Licht mit integriert für unterwegs. Wir haben einen Ventilator für unterwegs und eine Powerbank für unterwegs in einem und demselben kompakten Gerät. Sie sehen das hier, das Licht ist echt richtig hell, also wenn ich das mal auf mich scheinen lasse, kann ich aber auch ein bisschen dimmen, das ist auch gar kein Problem. So, dann habe ich auch ein bisschen gemütlicheres Licht und dann kann ich unterwegs zum Beispiel auch einfach mir den Ventilator um die Nase wehen lassen, gerade jetzt im Sommer total super. Das ist der perfekte Allrounder für beispielsweise Camping. Aber Moni, da du so begeistert warst, was begeistert dich an dem Produkt? Ich finde einfach die drei Produkte in allem so fantastisch, weil am meisten benutze ich dann auf jeden Fall auch noch hier die Powerbank. Finde ich super, dass daran gedacht wurde, weil ihr wisst, ich ohne mein Handy, das funktioniert eben nicht. Aber ich brauche auch immer mal eine schöne Beleuchtung und gerade jetzt im Frühjahr, im Sommer der Ventilator ist hervorragend, denn ich mag es auch nicht, wenn es zu warm ist. Also ich finde hier wirklich alles rundherum wirklich passend. Man kann es auch noch hinhängen, gerade im Campingbereich oder auch so einfach mal im Urlaub mithaben. Super. Ja, gerade im Urlaub. Du hast irgendwie zum Beispiel so eine Ferienwohnung gebucht, weiß nicht, was dich da erwartet und dann hast du vielleicht einen schönen schnuckeligen Balkon, aber im Dunkeln, ja, ist der halt im Dunkeln und du willst aber schöne Weinabende auf dem Balkon verbringen, dann ist das doch super. Wenn du hier einfach deinen Ventilator auspacken kannst, hinhängen kannst, dann hast du Licht. Wenn du am nächsten Tag zu einem Tagesausflug unterwegs bist und weißt, es wird richtig warm, nimmst du einfach den Ventilator mit und wehst dir damit so ein bisschen um die Nase rum und hast eben auch für unterwegs die Extra-Power mit dabei. Bedeutet, wir haben hier einen Akku mit drin, bedeutet, den können Sie einfach aufladen und den Akku eben auch nutzen als Powerbank. Also das ist super clever, weil warum sollte man nicht diese ganzen Funktionen in ein Produkt integrieren, wenn es doch möglich ist? Und genau das haben sich die Herrschaften hier bei diesem Produkt gedacht, die das entwickelt haben. Und übrigens, spritzwassergeschützt ist es auch noch, das heißt optimal für unterwegs. Vielleicht auch mal am Baggersee, wenn es dann doch ein bisschen länger wird. Da hast du tagsüber im Hellen den Ventilator und im Dunkeln hast du dann das Licht da. Ja, jetzt ist es unglaublich, denken, oh, das wird noch heiß, das ist immer noch ein bisschen cool. Aber ich erinnere mich für jeden Sommer, dass es so heiß ist und wir hier im Studio auch suchen, jeder Ventilator ein bisschen Wind, jemand kommt einfach vorbei und du genießt diese Frischung. Ja, also wirklich sehr, sehr nützlicher Teil, auch mit Licht. Mir gefällt, dass wir können ein bisschen dunkler, ein bisschen heller machen. Drei Stufe beim Ventilator, super Gerät für 15 Euro, kann auch für den, für, hängen kann auch. Also wirklich sehr, sehr cool. Also Monika hat sich wirklich gut gefreut. Ja, ich bin wirklich richtig begeistert. 15 Euro, die bestellen immer ist die ZX 63, 63, 79 und die 569. Und sie haben hier wirklich drei Dinge in einem. Und ich finde, das sind die drei Dinge, die wir wirklich zum Überleben brauchen, nämlich Licht, einen Ventilator, gerade im Sommer, weil wenn es zu warm ist, dann das mögen wir alle nicht gerne. Und eben die USB-Powerbank, also damit sind wir ja wirklich hier hervorragend ausgestattet. Vielleicht auch mal eine gute Geschenkidee. Sollten Sie sich unbedingt hier direkt bestellen. Vielleicht auch gerne bis zu fünfmal. Ja, und jetzt kommt was. Ich bin mir sicher, Sie haben noch nie so eine kleine Waschmaschine gesehen. Aber schauen wir doch mal direkt. Ich schläge nochmal 15. Hatten wir Mädels nicht erst gestern das Gespräch oder so, wo irgendjemand meinte, ich wasche total gerne. Ich wasche gerne. Ich wäschst gerne. Also wie man das machen kann, das verstehe ich nicht. Also mit Waschmaschine und trocknen, das natürlich wäschst du gerne. Ja, aber im Urlaub hast du da immer was verschieden. Und ich rieche immer. Ich rieche immer. Ich rieche nach Waschmittel. Ja, das Ergebnis, das finde ich auch toll. Habt ihr schon mit Händen mal gewaschen? Habt ihr mit Händen? Ja, doch. So Wollsachen und so. Ja? Guck mal, sie liebt waschen. Guck mal, sie ist süß. Ich liebe meine Waschmaschine. Aber du kannst ja nicht alles in die Waschmaschine packen. Ist richtig. Also zum Beispiel mal so Seidenschals oder sowas. Oder Wollpullover. Ich habe so Seidenhalstücher zum Beispiel auch. Wenn da mal ein Fakt dran kommt, kannst du nicht in die Waschmaschine tun. Und vielleicht bist du auch mit der normalen Handwäsche, die du gerade angesprochen hast, auch nicht so wirklich effektiv. Und das ist das Geniale an diesem Gerät. Das ist nicht nur eine ultra kleine Waschmaschine. Und die wäscht nicht nur Wischiwaschi. Die ist auch hocheffektiv. Und warum? Weil sie hier eine Ultraschallwaschmaschine haben. Ultraschall, das sind diese mini kleinen Vibrationen. Und die bringen jetzt diese Gewebestrukturen richtig schön in Bewegung, sodass der Schmutz dort einfach abbröckelt. So muss man sich das vorstellen. Auf der ganz, ganz kleinen Ebene. Denn Ultraschall ist sehr, sehr klein, die Vibration. Und dann können wir hier auch im Kleinen aktiv werden. Und das ganz unkompliziert. Also hier sehen Sie jetzt ein durchsichtiges Becken. Das könnte aber auch einfach Ihr Waschbecken sein. Zu Hause. Oder mal so ein kleines Eimerchen, so eine kleine Wanne, die Sie vielleicht unterwegs im Campingmobil drin haben. Einfach reinlegen, in die Steckdose stecken. Und dann funktioniert die Waschmaschine ohne Schleudergang auch sehr, sehr gut. Und genau ohne Schleudergang, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, gerade bei diesen empfindlichen Klamotten. Da hast du doch mit Sicherheit auch welche, oder? Aber das auch nicht nur für Klamotten. Dann kannst du auch zum Beispiel deine Brille, deinen Schmuck auch waschen. Wird ja auch so gemacht, ne? Ja, natürlich. Ultraschall war. Wirklich sehr, sehr cool. Und wir haben schon über Urlaub gesprochen. In Urlaub, du nimmst auch einen kleinen Koffer. Du nimmst nicht so viele Sachen. Und das kann alles passieren dort. Und natürlich kannst du auch in Urlaub waschen. Du musst nicht immer bei Rezeption gehen, weil das kann auch drei, vier Tage, das ist erstmal sehr teuer. Auch kann lange dauern, bis dein Ende Urlaub. Brauchen sie schon diese Sache nicht wirklich gut, weil das nimmt keinen Platz. Können sie immer mitnehmen. Oder zum Beispiel, du bist eingeladen zum Hochzeit. Du hast ein Hemd genommen, dann etwas passiert oder Wein. Also sehr, sehr schnell alles waschen. Ich finde das wirklich top. Und noch kurze Randbemerkung. Übrigens natürlich auch viel Energie sparender als so eine Waschmaschine. Also 80 Prozent weniger Energie brauchst du hier mit dieser kleinen Waschmaschine als bei der normalen Waschmaschine. Könnte auch ein Argument sein. Oh, das sollte ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal genauer überlegen. Finde ich hervorragend, gerade für den Campingbereich, für den Urlaub. Oder wenn man, wie gesagt, einfach mal auch vielleicht auf Geschäftsreise ist und da eben auch wirklich gut aussehen muss. Auf Hochzeiten oder ähnliches. Die Camps doch selber immer im ungünstigsten Moment kleckert man. Oder man hat irgendwie ein Problem mit seinem Oberteil, mit der Hose. Aber hier können sie wirklich alles dann wieder mit sauber machen. Aber wir sehen es natürlich auch gerade mal. Dieses Ultraschallbad ist auch hervorragend gut geeignet. Zum Beispiel mal, um die Brille wieder sauber zu machen. Oder eben auch Schmuck. Also lassen Sie sich das nicht entgeben. 15 Euro unsere Ultraschall-Mini-Waschmaschine. Bestellen Sie gerne mit der NX 8409 und der 569. Ja, bald ist schon hier die 1515-Show vorbei. Aber ein letztes Highlight haben wir noch für Sie. Ich schläge das letzte Mal 15. Ja, Repeater. Ja, das ist ein Produkt, das kann wirklich für sehr, sehr großen Nutzen sorgen. Wenn Sie zu Hause Internet haben und feststellen, dass hier und da das Internet-Signal nicht durchkommt. Da gibt es irgendwie so spezielle Wände irgendwie dahinter. Gibt es kein WLAN-Signal mehr oder auf dem Klo im letzten Eck. Wir haben zwei zu Hause. Ah, du hast zwei zu Hause. Ja, das ist super gut, weil dann hast du wahrscheinlich auch in jedem Raum jetzt gutes WLAN-Empfang. Ja, und das Gute ist, die gute Nachricht ist, egal was für einen Guter Sie gerade zu Hause haben, das ist ganz markenunabhängig. Das heißt, Sie können diesen WLAN-Repeater auch wunderbar nutzen, um Ihr Signal, WLAN-Signal quasi hier einzufangen und zu repeaten, also zu wiederholen und zu verstärken. Darum geht es, das WLAN-Signal verstärken. Und das ist eine ganz besondere Variante, weil das ist ein Repeater, der mit modernen MIMO-Antennen ausgestattet sind. MIMO steht für nicht Mimose, sondern Multiple In, Multiple Out. Ja, bedeutet gleichzeitig. Multiple In, Multiple Out. Ich verstehe das nicht. MIMO, ich dachte MIMO. Ach so, nee, um Pantomime geht es nicht. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser genialen Technologie, weil die muss erwähnt werden, weil das nicht irgendein WLAN-Repeater ist, sondern einer mit einer besonderen Qualität, weil wir hier einen hohen Datendurchsatz erreichen durch diese MIMO-Antenne. Das bedeutet, gleichzeitig kann Signal rein und raus gehen. Du kannst gleichzeitig Daten hochladen, aber auch runterladen, sozusagen, wenn du im Internet unterwegs bist. Und dadurch wird die Schnelligkeit des Netzes einfach hier höher und wir haben auch eine höhere Stabilität insgesamt. Das kennst du ja manchmal, dass das WLAN irgendwie so stockt. Ja, das ist so schlimm. Dann willst du gerade ein neues Browserfenster öffnen. Siehst du, lass es nicht so weit kommen mit den MIMO-Antennen. Multiple In, Multiple Out. Richtig. Für 15 Euro ist wirklich ein Spitzenpreis, weil Sie haben es bestimmt auch schon gesehen, dass Ihnen immer irgendwas geraten wird. Ja, von der Marke, von dem Router sollten Sie dann vielleicht auch den Repeater kaufen. Das muss nicht sein. Man kann auch hier einfach für 15 Euro. Ich wollte einen Stick kaufen, 80 Euro kostet das. Ja. Ja. Und gut, dass ich mit Ingo gesprochen habe und mir das auch gesagt habe. Ja, Ingo ist Fan von diesem Repeater. Das ist super. Wegen ihm habe ich das auch gefunden. Ich war super zufrieden. Das war meine alte Wohnung. Das hat mir wirklich geholfen und ich habe wirklich viel, viel Geld gespart. Und die Einrichtung ist super einfach. Ja. Also ruckzuck zum Hörergreifen und direkt bestellen, wenn Sie genau auch diese Probleme haben, dass eben das Internet nicht überall ausreicht. Das ist wirklich richtig ärgerlich. Sie bestellen hier unseren WLAN-Repeater mit der MIMO-Antenne, mit der ZX5206 und der 569. Und das war es auch schon wieder hier mit der 1515 Show. Viel Spaß beim Bestellen.